Und dann Moinzen zum zweiten Video hier in diesem langen VfB-AFM oder AFM-VfB-Audio-Podcast-Marathon, wie auch immer. Das erste, das ist wichtig, mir anzusprechen, natürlich auch für euch, falls ihr in die Chronologie guckt, dann auch hier, ihr seid richtig bei der Nummer 2. Aber das erste war zur Vereinspolitik, sehr lange dran rumgeschrieben, zusammengefasst, Meinung, Artikel, alle Geschehen ist ja quasi in wirklich fast einer Stunde oder recht genau einer Stunde. Deswegen auch das sehr wichtig, wen das interessiert, gerne reinhören, das wird so ein bisschen wahrscheinlich das Video werden, auf das ich immer wieder einfach hinweise beim Thema Vereinspolitik plus dann natürlich Ergänzungen in VfB- und so weiter mit neuen Themen, die dazu kommen. Die Entwicklung ist, glaube ich, noch lange nicht am Ende, aber das ist hier das Zweite. Und hier geht es erstmal um Hoffenheim, VfB, der Rückblick, klar, ein bisschen länger her jetzt schon, ist auch ganz klar, ein bisschen Zeit dazwischen gewesen. Aber ich glaube, darauf lohnt es sich trotzdem mal kurz, wie ihr es gewohnt seid, darauf zurückzublicken. Auch hier wieder beim letzten mit Vereinspolitik habe ich wirklich ganz klar mir einen Text geschrieben und so, Stichpunkte und so, Fließtext und so weiter. Aber hier wieder, wie es üblich ist, meine Tabs durchgegangen, meine Links, Artikel und so weiter durchgegangen, hier vor mir den Browser mir selbst hinsortiert. Und danach natürlich auch VfB-News, aber auch nicht mit allem quasi, was in VfB-News fallen könnte, weil Video 3 danach wird dann über die Nationalmannschaft gehen und eben die Spieler, die in der Nationalmannschaft am Start waren, in der deutschen Nationalmannschaft. Fangen wir an mit Hoffenheim, 0 zu 3, da wie immer, ihr habt es schon gesehen, ihr habt es auch schon zahlreich gesehen, vielen, vielen Dank dafür auf jeden Fall, ist der Stadionvlog in Hoffenheim, wie wir den normalen machen können. Wer es noch nicht getan hat, natürlich gerne angucken das Ding oder eben auch gerne nochmal angucken, da hast du auch schon ein paar Mal geschaut, Stimmung und so weiter, Tore mit drin, absolut geil geworden. Natürlich das Spiel auch schon selber geil geworden, aber auch ich bin sehr happy mit dem Video tatsächlich, Intro von vielen von euch gelobt worden, freut mich auch sehr. Und da eben auch an der Stelle 18.900 Aufrufe sehe ich gerade vor mir, sei es noch ein bisschen mehr und ich kann endlich diesen geilen Screenshot machen von 18.930 und irgendwas aufrufen. Ihr wisst ja, worauf ich hinaus will, 18.93, das wäre ja schon sehr, sehr geil, deswegen gerne das Ding auch ein bisschen weiter pushen, nochmal vielleicht auch mal als Einheizer für den Sonntag. Dann Thema Stimmung, Thema Stimmung haben wir ein bisschen was dabei mit Reels und so weiter und so fort. Da auch gerne, wie immer, in den Summling reinschauen, natürlich alle Links da unten mit drin, da haben wir auch durchklicken, lohnt es sich da auch mal, würde ich sagen. Hier das geile Video vom VfB, wo sie ja mit 18.93 am Start sind, wo ja wirklich dieser eine Schwenk, auch wenn es ein Hochformat ist, diese eine Schwenk, alles, diese komplette Seite komplett in Rot, das war ja komplett gestört. Das scheppert komplett diese Videos, auch Videos aus dem Hoffenheim-Blog quasi, wo es komplett scheppert, wo man alles in Rot sieht, das ist absolute Weltklasse. Gerade eben diese Ecke, diese Ecke da hinten rund um den Auswärtsblock, links und rechts davon, vor allem rechts davon, also aus der Sicht von Auswärtsblock rechts davon. Unfassbar, unfassbar, was da abgegangen ist in Hoffenheim, wirklich, es war brutal speziell, es war sehr, sehr besonders. Das war ein Heimspiel, das war unglaublich. Man spricht ja oft davon, ey, die haben wir eingenommen, die haben wir eingenommen oder hier war man auswärtsstärker als die Heimmannschaft. War schon ein paar Mal so, aber in der Form, in der Dominanz noch nie. Das war ununklar, also für mich persönlich, ich kann irgendwie sagen, ey, 1970 haben wir hier irgendwas gemacht, aber für mich persönlich war das das Größte. Das war unglaublich, diese Auswärtsfahrt in Hoffenheim. Auch da natürlich verschiedenste Stimmungsvideos, auch aus verschiedenen Perspektiven, nicht nur von mir. Ich glaube, da werden die meisten schon drin geschwelkt haben, aber wer nochmal will, auch an der Stelle gerne nochmal tun. Geile Bilder, geile Videos, absolute Weltklasse gewesen in Hoffenheim. Und auch da muss man sagen, ey, haben ein paar den Vergleich gemacht, auch fairerweise, sage ich mal, den Vergleich gemacht. Das darf auch gerne wieder das Level werden für die Heimspiele. Weil ich sage auch nicht, dass die Heimspiele scheiße waren oder richtig schlecht waren, stimmungstechnisch, weil es stimmt ja auch nicht. Aber man hat schon gemerkt, dass so ein bisschen eine Normalität eingekehrt ist mittlerweile. Also im Sinne von so eine Normalität von, ja, jetzt haben wir Union zu Hause geschlagen, ist in Ordnung. Boah, ein 1-1 gegen Köln, da hätte man schon eher einen Sieg erhofft, was ja vom Ding her, Erwartungshaltung her, Versorgungsverlauf her, auch alles irgendwo in Ordnung ist, sage ich mal. Aber eben, dass Stimmung eigentlich keinen, ja, nicht wehtun sollte. Also wir hatten ja selbst den Abstiegskampf und sowas immer brutale Stimmungen, auch bei irgendwelchen absoluten Rottspielen, weil die Stimmung immer da. Deswegen auch da gerne wieder auf ein Level kommen. Und eben auf so ein Level kommen, was du eben in Hoffenheit hattest, weil da ist auch das Gefühl, hast du auch gemerkt, um einen herum und so weiter, alle, die dabei waren, klar. Und noch ein bisschen was anderes auswärts, weil auswärts fährt, ich sag mal, in dem Sinne der härteste Kern mit einfach, ne, weil du musst ja nochmal da hinfahren und so geschickt, noch was anderes. Da waren ein paar mehr Hürden dabei als, ja, als Heimspiele, sage ich mal so. Aber da war wirklich von jedem so eine Grundstellung drin, vor allem, jeder hatte hier richtig Bock zu eskalieren. Jeder hatte hier richtig Bock, die Hölle heiß zu machen, ein Heimspiel draus zu machen. Da war wirklich ein Level drin, das war richtig, richtig stark und sowas kann man gerne übernehmen, auch in den nächsten Heimspielen dann. Zum Spiel gehen wir dann auch, da war schon von Beginn an klar, die Aufstellung, absolutes Brett. Hab ich ja auch im Intro schon gesagt, dass wir da auf dem Platz zaubern können, aktuell an Spielern, an Startaufstellungen als, ja, Startelf, quasi gesetzte Startelf stellen können. Das ist absoluter Vollwahnsinn und da ganz, ganz grundzusammengefasst, hochüberlegener Sieg. Hoffenheim hergespielt, auf dem Platz und auf den Rängen. Das war richtig geil, dass auch da ein bisschen krass gemerkt in der Bundesliga, ohne da jetzt irgendwie tiefer drauf gehen zu wollen. Wir müssen jetzt nicht hier, nicht abheben, von wegen, ich bin mal eine Saison irgendwie krass auf Platz 3 und machen wie andere Vereine schlecht. Aber von dem Ding her, ich meine, die waren auf Platz 8, die waren auf Platz 7, glaube ich, vor dem Spieltag oder auf Platz 8 vor dem Spieltag. Also ganz klar in Europanähe und sowas. Also ab Platz 6 oder so grob gibt es schon einen krassen Qualitätsabsturz in der Bundesliga, weil das war, und da haben es ja auch viele Spieler auch gesagt, das war ja ein Klassenunterschied in Hoffenheim, die waren ja chancenlos. Das war ja wirklich, wirklich, wirklich krass. Hier wieder auch ein paar Tweets raussucht, wie immer, weil das auch sehr, sehr witzig, das geht immer zurück zum Thema Stimmung und Heimspiel dort gemacht. Hat jemand geschrieben unter dem Instagram-Post von Angel Stiller, der von Hoffenheim kam im Sommer, nach zwei Jahren sind es heimendlich mal ein richtiges Heimspiel erlebt und er hat es geliked, vom Verfasser geliked von Stiller. Sehr, sehr witzige Nummer. Fußball total war so ein Stichwort, was so ein bisschen gepflegt wurde nach dem Spiel. Hoeneß auch da nochmal gesagt, die erste Halte gehört zum Besten, was wir in dieser Saison gespielt haben. Das war die Basis für den Sieg. Auch in der zweiten Hälfte hatten wir genügend Chancen für ein klares Ergebnis. Unter dem Strich war das eine Top-Leistung. Auch das habe ich, glaube ich, auch schon im Fazit gesagt nach dem Spiel, also im Anschluss an den Stadionflog. Das ist auch immer wichtig, der Part dahinter, dass das auf dem Level war wie Halbzeit gegen Leverkusen. Klar, Leverkusen ist auch der schwierigere Gegner, aber das war eine brutal, brutal starke erste Halbzeit. VfB erdrückt die TSG. Ja, das Dominant, das war wirklich brutal. Gerade ein Enzo Mio in der ersten Halbzeit war, absolute Weltklasse. Die ersten 25 Minuten oder wie auch immer waren richtig, richtig stark. Absolutes Juwel, der Mann, das ist ja auch sowieso ganz klar. Auch Baumann hat gesagt, Chancen los. Wie gesagt, wenn der Gegner das auch so anerkennt, ist das krass. So auf so einem Niveau wie der Demirovic von Augsburg damals da kurz vor Weihnachten. Ich wurde noch nie so hergespielt, auch nicht von den Bayern, als wir da Augsburg geschlagen haben, zu Hause 3-0. So auf dem Level war das da von Anerkennung, wie wir hoffentlich hergespielt haben, auch von den Gegnern eben. Komplett eingesagt tatsächlich und auch geil formuliert. Es macht einfach Spaß, mit der Mannschaft zu kicken. Jeder weiß, was er machen muss. Die Mannschaft ist einfach geil. Auch das nochmal schön zu lesen. Und auch das ist immer schön. Ja, Reaktionen von den Spielern, Posts von den Spielern nach dem Spiel. Mio gesagt, ey, wir haben zu Hause gespielt. Gerasi auch, schöner Auswärts-Heimsieg und sowas formuliert. Und Ito genau das Gleiche, auch sich für den Support bedankt. Fernando Meyra, auch Legende, Meisterkapitän. Gesagt Champions League, auf geht's VfB, für immer VfB. Hildebrand natürlich auch mit dem witzigsten Tweet oder Instagram-Post von allen fragenden Trainer. Nimmst du mich nochmal mit, ich will in dieser Mannschaft spielen. Auch das ein sehr, sehr, ja, einfach schönes, euphorisches, harmonisches Bild. Und auch da nochmal, auch da muss jetzt gar kein tieferer Front oder so darüber gehen oder irgendwie die Diskussion irgendwie groß aufgemacht werden. Aber fand ich einen guten Tweet. Da gehe ich auch mit bei dem, dass man mal sagen muss, klar, Leverkusen, Respekt. Das ist krass, wenn die Meister werden, absolut brutal. Was sie spielen, ist komplett geisteskrank. Aber in Sachen Budget, in Sachen Erwartungshaltung, in Sachen irgendwas in die Richtung, muss man einfach so sagen eines Tages, und da will ich auch nichts anderes hören am Ende der Saison, wir sind die Überraschungsmannschaft der Saison fertig aus. Es ist einfach so. Leverkusen ist krass und ist Überraschungsmannschaft, weil sie sehr wahrscheinlich Meister werden. Da ist es krass. Aber Leverkusen hat einen Kader, hat ein Budget, hat einen Trainer und so weiter und so fort, wo klar war, das ist mal mindestens Champions League. Also Leverkusen, ich sag mal, überrascht zwei, drei Plätze mehr, wenn wir jetzt irgendwie sagen, sie wären eigentlich Vierter, Dritter, Zweiter geworden. Sie überraschen zwei, drei Plätze mehr, weil sie eben Meister werden. Wir überraschen ja wirklich auch nach dem Transfersommer eben, Endo weg, mal vor Panos weg, Sosa weg und so weiter und so fort. Relegation, das Jahr davor, Platz 15, das Jahr davor. Es ist alles brutal, brutal krank. Diese Entwicklung war unfassbar. Auch im Sommer ja auch nicht die Welt ausgeben können an Geld. Wie gesagt, ist ja auch wieder nochmal da der Unterschied. Wir überraschen oder überperformen oder wie auch immer, ich sag mal überraschen, ja, was weiß ich, was sind denn das jetzt dann? Zwölf, dreizehn Plätze, Platz 16, Platz 15 Klassenhalt vielleicht so als erster Klassenhaltsplatz, so als Erwartungshaltung. Das überraschen wir gerade um zwölf Plätze im Vergleich zu Leverkusen um zwei, drei, vier Plätze. Deswegen, wie gesagt, brauche ich gar nicht tiefer aufzumachen, aber fand ich trotzdem irgendwie mal nett anzusprechen und fand ich, wollte ich irgendwie mal ansprechen, das ist das Thema, weil wir sind die Überraschungsmannschaft der Saison. Es ist einfach so fertig aus. Auch ein schönes Bild, was entstanden ist, was auch sogar zu kaufen gibt, sogar schon bei Hands of God. Die kennt man ja von den Prinz, den VfB-Prinz. Hier Handshake, Egrasie, Undaf, absolute Weltklasse, geiles Foto, geiler Schnappschuss auf jeden Fall. Kommen wir dann zur Saison auch noch. Schwelg mal weiter, auch hier nochmal, da habe ich hier unseren Aufstellungstipp von meinem VfB mit drin, habe ich ja vorhin schon mal angesprochen, Nübel, Mittelstädt, Ito, Anton Wagnermann, Stiller, Karasur, Führig, Undaf, Mio, Gerasie, Brettaufstellung. Brett, Brett, Brettaufstellung. Auch da hat es einer geschrieben auf Twitter, fände ich auch wichtig, ich hoffe, sie machen es. Ich meine, sie haben ja die Sachen, bei VfB TV und so kann man es ja sowieso schon nachgucken, aber bitte macht das. Geht in die Umsetzung und gibt uns das als Real Life, gibt uns das als Download-Paket, Blu-Ray-Box, whatever, schreibt er hier, oder dass man es irgendwie, ja, dass man es irgendwie verewigen kann, dass Ding irgendwie jederzeit nachschaubar bleibt. Dieses Meisterwerk hat das, hat er geschrieben, weil es ist ja so, wir spielen gerade die beste Saison der Vereinsgeschichte. So, ich habe auch noch die Discs von früher. Ich habe die von 2006, 2007, 2008, 2009 glaube ich noch und so. Da gab es das auch immer, konnten wir die ganzen VfB-Zusammenfassungen einfach als DVD kaufen. Ich kann hier sogar gerade vom Blickfeld genau drauf gucken, wo es bei mir hier liegt, was tatsächlich im Regal geile Dinger. Hoffentlich machen sie sowas auch für die Saison. Ich weiß nicht, wie realistisch sowas ist, aber es wäre sehr, sehr geil tatsächlich. Und auch da nochmal, ne, hier nochmal, geht bitte mal ganz kurz in euch und denkt mir wirklich darüber nach, wie krass das ist, dass wir nächste Saison halt wirklich auf die Reise gehen. Dass wir wirklich nächste Saison in die Champions League gehen. Und auch hier nochmal, ich hätte mir nie erträumt, so einen Fußball und solche Spieler mal im Trikot meines Vereins zu sehen. Diese Mannschaft hätte einen Titel verdient. Auch das ist ein wichtiger Punkt. Wie gesagt, letzte Saison, zum selben Zeitpunkt, hätten wir sogar einen Punkt mehr als der Tabellenerste. Ich glaube, da hat er 55 Punkte nach 26 Spielen. Wir haben jetzt 56. Wir sind gerade eigentlich auf einem Meisterschaftskurs oder auf einem Meisterschaftskampfkurs. Aber die Bayern eben einen Tacken besser und Leverkusen ist ein kompletter Freak-Accident. Deswegen, und auch hier nochmal, Thema auf die Reise gehen, Thema international. Vielleicht übertreibe ich da ein bisschen, aber so wirklich im weitesten Sinne, ich meine gerade auf Meisterschaft bezogen sowieso, aber auch europäischer Fußball, Champions-League-Fußball vor allem. Nach den letzten Jahren habe ich ja in den nächsten, was weiß ich, in vielen Jahren nicht mehr gesehen, dass ich sowas miterlebe. Dass ich sowas miterleben werde nochmal irgendwann. Nach den letzten Saisons, Abstieg, Aufstieg, Abstieg, Aufstieg. Mal eine geile Saison, dann wieder gerettet, gerettet. Also, den will ich sehen, der mir erzählt hätte, ja in den nächsten zehn Jahren zockt man safe irgendwo bei Champions League. Also, das ist wirklich ein absoluter Fiebertraum, im positivsten Sinne, in dem wir gerade leben. Und das muss veredelt werden. Deswegen auch da, wie gesagt, manche sagen ja auch, Champions League aufpassen, Europa League aufpassen, hier eine Falle und da aufpassen. Wer weiß, wie es nächste Saison läuft. Ich sage es ja oft genug. Wer weiß, wie es nächste Saison läuft, wie der Sommer aussieht, ob Leute gehen, wie viele Leute gehen, in welchem Karte du Champions League spielst, wie dann eben die nächste Saison läuft, im Sinne von eben mit der Dreifachbelastung und so weiter und so fort. Deswegen, diese Saison alles mitnehmen, was geht. Wenn du jetzt sagst, ey, ja, mir reicht doch eine Conference League und nächstes Jahr spielst du eine Saison auf Platz 14, ja, dann nimm die Champions League doch lieber jetzt mit und spiel dann vielleicht von mir aus auch mit Champions League eine Saison auf Platz 14 so. Du weißt ja nicht, was du nächstes Jahr spielst. Keiner weiß, spielst du nächstes Jahr wieder eine Saison auf Platz 5, auf Platz 6, auf Europa-Niveau oder fällst du wieder ab. Deswegen, nimm alles mit, was geht. Die Mannschaft hat auch alles verdient, was geht. Wir spielen eine wahnsinnige Saison. Und auch hier gab es nochmal einen geilen Flashback hier mit dem Tweet tatsächlich. 18.03.2023, Spielende gegen Wolfsburg. Labbadia als Trainer, massives Pfeifkonzert und aufwachen, Sprechküre im Neckarstadion in Richtung Mannschaft. Und das eben auch wieder zum Thema Entwicklung. Das ist ein bisschen mehr als ein Jahr jetzt her, wo wir komplett am Ende waren. Platz 18, Tabellenletzter, ausgepfiffen, alles war scheiße, ne? Dass jetzt ein Jahr später du wirklich auf einem Champions-League-Kurs reitest und das auch hoch verdient, ne? Thema Überperformance, rein statistisch und so weiter, ist nicht da, ne? Ist nicht da. Wir hätten, glaube ich, sogar noch mehr Punkte haben können, laut solchen Statistiken und Tabellen und so weiter. Sie ist nicht da. Wir stehen da komplett verdient da. Wir machen da kein Union Berlin, das 20 Punkte mehr hat, als es verdient hätte. Wir stehen komplett verdient da und gehen jetzt komplett verdient. Und das ist der absolute, absolute Wahnsinn. Und auch hier nochmal wieder gefühlt, wirklich, ich sag mal, Gänsehaut durch Gedanken oder sowas, wie auch immer, für Gladbach. Letzter Spieltag, Gladbach, ausverkaufte Hütte, in der Kurve stehen, da, wo ich immer bin, ne? Da hoher Karte, ist ja klar. Und dann am Ende, ich sag mal, Stand jetzt, Champions League feiern, mal gucken, was am Ende wird. Sieht gerade gut aus, wenn ich zu weit aus dem Fenster lehne. Und dann einfach Höhen ist auf den Zaun, du hast was erreicht und so weiter. Und dann nochmal im Kopf haben, was da kurz zu Weihnachten war, an diesem wunderschönen Abend gegen Augsburg, wirklich wunderschön gewesen, 3-0-Sieg, alles geil gewesen. Geiler Abschluss mit den Fans, mit den Spielern und so weiter, Schadionrunde mit dem Trainer. Und dann diesen Gegenschnitt direkt zu haben im Kopf, quasi im Kopf vor dir zu haben, yo, ich komme auf den Zaun, wenn wir es erreicht haben. Und da steht er dann, da steht er irgendwann Mitte Mai, ich glaube, 18. Mai ist es, steht er da gegen Gladbach, kommt auf den Zaun, komplette Ekstase. Der VfB spielt europäisch, sei es Euroleague, sei es Champions League. Es sind Gedanken, die sind unglaublich. Das ist wirklich un, 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 unglaublich. Und dann noch, wie immer, ein bisschen was Faktisches, Datenmäßiges, Statistisches mit rein, wie immer, vom Port Cannstatt, wo ich es ja immer für mache, der Dateneinspieler. Auch hier, wie immer, gerne da die komplette Folge anhören, von letzten Wochen natürlich auch, auch die von dieser Woche. Und da jetzt wieder ein paar Punkte, nicht alle, wie gesagt, alles bekommt er nur im Port Cannstatt, aber hier die meisten Punkte draus, aus dem Einspieler, auch hier noch mit drin zum Abschluss von dem Hoffenheim-Part. Mal wieder zu Null gewonnen, tatsächlich. Acht weiße Westen, damit Nübel nun zweiter Platz in der Liga hinter Radetzky von Leverkusen. 3,35 Expected Goals waren es für den VfB in Hoffenheim. 0,23 für Hoffenheim. Also, wie gesagt, Demolage, komplett Demontage, wie auch immer das richtige Wort dafür ist. Zweit niedrigster Wert von dem VfB-Gegner und der viert höchste Wert vom VfB selber. Zwölf Torschüsse sind der geteilte Höchstwert mit dem 1-2-1 gegen Leverkusen. Passenderweise, Leverkusen ist schon im Vergleich gehabt mit der starken ersten Halbzeit. Und Hoffenheim hatte nur einen Schuss, einen Schuss aufs Tor. Dafür haben wir auch die meisten Sprints hingelegt in einem Spiel. In dieser Saison bisher 266 Sprints, 10 mehr als Hoffenheim. 103 zu 93, wie immer ein paar mehr Zweikämpfe gewonnen. Acht Schüsse von Mioz sind auch der geteilte Höchstwert mit Undaf, auch das so dagegen Leverkusen. Wie gesagt, die Parallelen kommen nicht für ungefähr bei dem Spiel oder bei den beiden Spielen. 18 gewonnen, Zweikämpfe von Gerasi. Individueller Top-5-Wert der 26 Spieltage von dem Stuttgarter. Und in der vergangenen Saison hatte, wie gesagt, der erste Platz 55 Punkte, der VfB jetzt 56 Punkte. Wir wären also letzte Saison 22, 23 Tabellenführer gewesen, zum aktuellen Zeitpunkt. Mit so einer Punktzahl und zu diesem Zeitpunkt der Saison endeten die Mannschaften zuletzt noch immer in der Top-4. Auch da sogar in dem einen Spiel hat die Champions-League-Garantie quasi ausgesprochen für uns Schwaben, für die Schwaben. Auch wenn wir es dann ein bisschen natürlich nicht zu überdrehen wollen, eben in dem Sinne von, dass man eben nicht enttäuscht sein will, wenn es dann in Anführungszeichen, in sehr, sehr großen Anführungszeichen, nur Europa League werden würde oder sowas. Aber gerade ist es wirklich der Champions-League-Kurs und die letzten Jahre, letzten Saison haben gezeigt, wenn du so punktest bis zu dem Spieltag jetzt, dann bleibst du normalerweise auch dort. Hoeneß ist auch der aktuelle beste Stuttgart-Trainer in der Bundesliga-Historie, gemessen an 34 Spieltagen. Jetzt hat er quasi letzte Saison, diese Saison zusammengerechnet, eine Saison absolviert, 69 Punkte geholt. Das ist gestört. 2,03 Punkte pro Spiel. Sebastian Hoeneß, wirklich, es gibt so unfassbar viele Worte zu dem. Es ist einfach nur überragend. Es ist nur voll des Lobes für diesen Mann, der hat diesen Verein umgedreht. Das ist der absolute Vollwahnsinn. Das kannst du nicht hoch genug anrechnen, was der Mann hier gemacht hat. Oft angesprochen und auch immer zu Recht angesprochen. Gerasi und Undaf, jetzt schon das Top-Duo von uns. 36 Tore zusammengeschossen. Nur ein einziges Mal gelangen im VfB-Duo schon mehr Treffer. Das war 85, 86. Klinsmann und Allgöver haben zusammen 37 Mal getroffen. Das heißt, also das auf die gesamte Saison gesehen. Also nicht nur 26 Spieltagen, sondern auf die gesamte Saison. Das heißt, sie brauchen noch ein Tor mehr für Einstand, zwei Tore mehr für ein neuer Rekord. Ich denke, der wird fallen. Selber auch bei den Trios. Führig und Auf Gerasi zusammen bei 43 Toren. Rekord hält das magische Dreieck. 96, 97. Bobic, Elber-Balakow 49 Tore erzielt. Also dafür noch 6 für Einstand, 7 für allein den Rekord. Auch das ist, glaube ich, noch gut machbar in den letzten Spieltagen. Auch der Rekord dürfte sehr stark wackeln. Und auch hier nochmal das Thema Demonstrationen in Hoffenheim. Nachdem man jetzt geschaut hat, welche Seiten, fußball-mafia.de gibt es da, es gibt die falschen Neuen, waren 16.000 bis 17.000 VfB-Fans in Hoffenheim. Diese atemberaubende Kulisse, schon angesprochen. Und damit jetzt die beste Auswärtsfahrermannschaft der Liga, was die Fanszahlen angeht. In der Bundesliga Auswärtsfahrertabelle im Schnitt pro Spiel nehmen wir jetzt den Platz 1 ein, weil im Schnitt folgen uns 5.300 bis 5.500 Fans pro Auswärtsspiel. Auch das einfach nur brutal stark. Dann geht es weiter mit den VfB-News-Themen. Auch hier wieder mal ein bisschen versucht, ein bisschen Chronologie, Ablauf reinzubringen. Ihr kennt es ja, vor allem gegen Ende habe ich das so ein bisschen verloren, dann gegen Ende von den VfB-News und eben auch gegen Ende dieser Folge dann eben in dem Sinne auch. Weil ich das ein bisschen verloren habe, glaube ich, hier im Skript, in dem, was ich hier vor mir habe, an Tabs. Aber leg mal los mit dem Spielplan, mit dem Saisonende, wurde determiniert. Spieltag 31, 32, 33 und 34. Es geht am 31. Spieltag nach Leverkusen, Samstagabendspiel, Top-Spiel der Woche, 18.30. Das, wie wir es auch gesehen haben, im Pokal aktuell hochwertigste Spiel der Bundesliga wird wieder stattfinden. 32. Spieltag, Heimspiel gegen die Bayern, das ist ein Samstagmittagsspiel, 15.30 gegen die Bayern, klassische Bundesliga-Anstoßzeit. Nach Augsburg geht es die letzte Saison auch schon, diesmal vorher zum Spieltag geht es am Freitagabend, 20.30 und Gladbach ist eh klar, alle Spiele gleichzeitig am letzten Spieltag, Samstag 18.05, 15.30. Und da sei direkt gesagt, weil da auch ein bisschen die Frage war, warum die Bayern nicht auch auf dem Samstag 18.30-Topspiel, liegt ganz simpel daran, dass wir tatsächlich, es ist ja ein Sky-Topspiel und jeder Klub darf von Sky pro Person, nur Max, äh, pro Person, pro Saison, nur maximal achtmal für dieses Samstagabendspiel, ja, genommen werden. und das haben die Bayern schon, die sind schon durch mit achtmal, acht Topspiele haben sie schon, deswegen war das bei unserem Spiel nicht möglich, ähm, deswegen muss das auf den Samstag 15.30 gelegt werden und deswegen, ey, lieber dann Samstag 15.30 als wie in der Hinrunde in das Sonntag 19.30-Spiel, können wir, glaube ich, alle absolut damit leben. Damit das vollkommene Restprogramm, wie gesagt, Sonntag 17.30 Heidenheim, dann haben wir am Samstag in Dortmund 18.30, Topspiel auch schon wieder, die Woche drauf, auch wieder Topspiel gegen Frankfurt Samstag 18.30, 13.04. Woche drauf, Sonntagsspiel 15.30 in Bremen, glaube ich, das ist das, worüber sich die meisten aufregen, auch rein von der Ansetzung her, die da auswärts hin wollen, danach wieder Topspiel in Leverkusen Samstag 18.30, danach Heimspiel Bayern, wie gerade schon gesagt, auswärts Augsburg und zu Hause Gladbach, ähm, wie gesagt, finde ich eigentlich alles sehr angenehme, äh, Ansetzungen, passt für mich, gerade Heimspiele kannst du gefühlt, also für mich zumindest, ne, gibt es auch andere, die noch längere Anreisen haben, auch auswärts, alles in Ordnung, außer halt von mir aus, äh, das Bremen-Spiel Sonntags, bisschen Kacke, Augsburg-Freitagabend, ja, auch bisschen eklig, aber jetzt zumindest auch nicht die ewig langste Anreise, so sag ich mal, deswegen, ähm, kann man, glaube ich, damit in Ordnung gehen, Tickets, das nächste Thema, was wir direkt haben, weil, jetzt haben wir wieder den, den Fall, das erste Mal, seit das, ja wirklich, seit dem Legendo-Spiel sein, ne, seit diesem Mai, ähm, so 22. Stand wieder komplett ausverkauft sein wird, gegen Heidenheim, ähm, und dafür wurden eben auch schon Tickets verkauft, ähm, noch nachträglich, äh, für die neue Haupttribüne, Heidenheim, Frankfurt, natürlich logischerweise alles ausverkauft, das ist ja auch klar, auch da aktuell der Stand, Heidenheim ausverkauft, Frankfurt ausverkauft, Bayern ausverkauft, das einzige, was noch kommen wird, äh, bei den Heimspielen, ist, äh, Gladbach, da ist UFCler Verkauf am 9. April, und Mitglieder, wie immer maximal zwei Stück pro Mitglied, am 10. April ab 9 Uhr, wer das, äh, wer da Interesse dran hat, ich glaube, viele werden das tun, also außer die, die eh schon Dauerkarte haben, ne, ähm, auswärts ist Dortmund auch schon ausverkauft, Bremen ausverkauft, Leverkusen wird starten am 4. April, ähm, Dienstag, ne, Donnerstag, sorry, 4. April 9 Uhr, auch da wieder maximal zwei Tickets pro Mitglied, das sowieso generell, du kommst nur an Karten mit Mitglied, bist beim VfB aktuell, ähm, und noch Augsburg natürlich, Dienstag 16. April 9 Uhr, ähm, das sind die Verkäufe, was man sich das ein bisschen erhofft hatte, oder ich mir zumindest auch erhofft hatte, das auch über den Auswärtsblock dann auch, äh, letztes, letztes Jahr, ähm, davor glaube ich auch mal, ne, mal Jugendklub, mal VfB, away und sowas, ist immer wieder hingekommen nach Augsburg, ähm, und da hat man ein bisschen gehofft, ey, vielleicht kannst du das auch so ein bisschen Hoffenheim 2.0 machen, wer weiß, ähm, Thema freier Verkaufen, darüber Tickets holen, Nein, das ist nicht drin, tatsächlich bei Augsburg, haben die jetzt, äh, ja, clever geregelt, sag ich mal für sie, ähm, muss man auch dazu sagen, das ist auch nochmal was anderes, als jetzt bei Hoffenheim, ne, weil bei Augsburg kommen noch ein paar andere Faktoren dazu, du hast ja erstmal, das ist für die das letzte Heimspiel der Saison, das zieht immer extrem an, dann hast du noch Augsburg gerade ja wirklich auch dabei, das ist glaube ich gerade sogar Siebter, also könnte sogar echt noch um Europa gehen für Augsburg, ähm, das tut sich glaube ich Augsburg auch generell schon grundsätzlich ein bisschen mehr Fans an als Hoffenheim, so Dinger, dazu sind wir eben auch absolutes Top-Team, was da kommt, Bayern, Dortmund, Leverkusen, Stuttgart und so weiter, ist einfach auch glaube ich beliebter als, als Heimspiel für die Fans, dass sie da kommen, als zum Beispiel Bochum und so weiter, ist ja auch so, ähm, und deswegen haben sie es so gemacht, gibt ein Mitgliederverkauf, der aktuell auch schon läuft bei Augsburg, es wird keinen freien Vorverkauf geben, stattdessen, und auch das auch nur je nach Verfügbarkeit, wenn es noch Kontingent gibt, gibt es ab Freitag, den 5. April um 12 Uhr, also nächste Woche, äh, Freitag, äh, Freitag 12 Uhr, ein Vorverkauf für alle Fans, die bereits im Online-Shop registriert sind, das wäre ja einfach gemacht, ne, sie einfach registrieren schon mal, aber, mit dem Zusatz und in der Vergangenheit schon Tickets erworben haben, und das dürfte es dann meistens sehr, sehr schwer machen, also es wird bei Augsburg keinen freien Verkauf geben, das Einzige, wenn du noch an Karten kommst, ist halt Mitglied werden, oder Mitglied sein, weiß ich auch nicht, wenn man jetzt noch Mitglied werden würde, ob du noch rechtzeitig, äh, noch rechtzeitig quasi bestätigt wirst, wie lange die da brauchen, das zu verarbeiten, ne, deswegen würde ich auch, glaube ich, nicht riskieren, ähm, oder jetzt eben, das ist noch die einzige Chance, du passt letztes Jahr zum Beispiel zufällig, ähm, für das VfB-Spiel zum Beispiel, in Augsburg Karten gekauft, ne, gibt es ja genug, die es, glaube ich, getan haben über einen freien Verkauf, ähm, dann bist du ja schon eingeloggt, plus hat schon mal Tickets erworben, das heißt, wer da vielleicht eine Möglichkeit hat, oder irgendwie, irgendwelche Augsburg-Fankollegen hat, die sowas schon getan haben, haben da vielleicht nochmal die Chance, an Karten zu kommen, schon am 5. April eben, 12 Uhr, falls es da noch Kontingent gibt, für die, äh, Augsburger Blöcke, logischerweise geht es dann eben um die Blöcke, drumherum, um den VfB, äh, Auswärtsblock, das wäre hier Block V, Block Y, Block Z vor allem, das Witzige ist, du kannst es schon reinschauen, du kannst bei Augsburg schon reinschauen, ähm, kannst du sogar Tickets auswählen, aber dann wirst du eben gefragt, ey, gib mal deine Mitgliederdaten ein, und dann bist du eben am Arsch, da kommst du ja nicht durch, weil du eben kein Mitglied bist, ähm, aber der Y-Block ist schon sehr gut verkauft, Z-Block ist schon ordentlich verkauft, A auch schon so ein bisschen, V ist vielleicht noch ein bisschen was möglich, falls das sich eben hält, bis nächste Woche Freitag, für die, die da was haben, darüber schon an Karten zu kommen, ähm, aber das können schon sehr, sehr schwer werden, da überhaupt noch an Karten zu kommen, und zeigt vielleicht auch, weil, ey, warum sollten sich Augsburg-Fans großartig Block-Y-Karten kaufen, direkt im Auswärtsblock, dass es wohl doch auch schon einige VfB-Fans gibt, die da eine Möglichkeit haben, über Kollegen vielleicht, vielleicht sogar wirklich sich, ja, ein Mitgliedsaccount erstellt haben, noch oder so, äh, rechtzeitig, ähm, kostet glaube ich 40 Euro im Jahr oder so, ähm, oder ein bisschen mehr, je nachdem wie alt man halt ist, ähm, die das getan haben, ähm, aber, kurz gefasst, es gibt keine Möglichkeit, da irgendwas zu invasieren, äh, Invasion zu starten über einen freien Verkauf, weil den gibt's ja einfach nicht, diese Hürde mit registriert und schon mal Tickets gekauft, ist schon eine hohe Hürde, manche haben vielleicht die Chance, die anderen müssen dann eben, ja, über den VfB-Verkauf offiziell gehen oder eben über so Geschichten wie VfB-OA und so, ist ja klar, so offizielle und organisierte, äh, Fahrten darüber, wobei glaube ich auch da wahrscheinlich auch mal alles ausverkauft sein dürfte, ähm, aber die normalste Möglichkeit, einfach nur für den Auswärtsblock an sich, ist am Dienstag, 16. April 9 Uhr für das Augsburg-Spiel, ähm, Bayern-Spiel war auch sehr, sehr krass, der Verkauf für das Bayern-Spiel war sehr, sehr krass, ähm, wie gesagt, ich hab ja schon selber Karten, bin mit der Dauerkarte komplett gesegnet, alle Dauerkarte haben, wirklich, geben wir uns hier gerade virtuellen Handschlag, weil das ist wirklich absoluter Segen, ähm, dass man, ja, hier überhaupt keinen Stress hat in so Geschichten, dass man immer abgesichert ist, ich meine, klar, wir haben die Dauerkarten ja auch, und die meisten ja auch schon seit Jahren so, und du hast ja auch verdient, ne, wenn du Dauerkarten seit Jahren hast, also auch letzten Saisons, wo gefühlt keiner ein Stadion wollte, so vom Ding her, vom Spielerischen her und so, Abschiedskampf und so, hat man natürlich auch verdient, da zu sitzen, wo man sitzt, aber Dauerkarte und so, und immer gerade einen Stammplatz zu haben, ist schon durchaus ein Privileg in so einer boxstarken Saison, beste Saison aller Zeiten vom VfB, ähm, aber natürlich geschaut, ne, für Family und so, Kollegen oder so, ob irgendwann Karten kommt, ähm, und das war schon sehr, 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 sehr happig, über, über, locker über 110.000 Warteschlangen offen, ähm, immerhin da muss man sagen, dass sie jetzt einen Code vorschieben, also vielleicht helfen sie damit ein bisschen, äh, gegen Bots, also du musst erst mal einen Code eingeben, wenn du in die Warteschlange reinkommst, hilft das vielleicht gegen Bots, aber es soll natürlich weiterhin die Option, mehrere Browser anmachen, mehrere, ja, verschiedene Browser-Sorten eben anmachen, verschiedene, oder, oder Browser-Sorten, Arten, Browser-Anbieter, wie auch immer, verschiedene Geräte anmachen und so Geschichten, deswegen kannst du natürlich da auch wieder mit gefühlt 20, äh, Warteschlangen oder sowas reingehen, das ist immer noch möglich, ähm, perfekt, perfekt ist das nicht, aber ich sehe auch gerade nicht wirklich großartig einen anderen Weg, wie man das Ticketsystem irgendwie fairer machen sollte, die Idee ist halt, dass du sagst, ey, jo, ähm, du musst halt dich einloggen, bevor du in die Warteschlange reinkommst, damit quasi jeder Account auch nur einmal sich einloggen kann, und eben jeder Account nur eine Warteschlange hat, oder einen Warteschlangenplatz hat, ja, ähm, vielleicht eine Möglichkeit, aber wie gesagt, sonst großartig viel fairer machen kann man es glaube ich gerade nicht, ist halt einfach kranker Ansturm, weil du eben so krass erfolgreich bist, ähm, war da auch kurz davor, da war quasi genau da drin, wo dann glaube ich eine Minute, zwei Minuten später das Ding ausverkauft war, also keine Chance mehr gehabt, ähm, mit glaube ich 14.700 war das bei mir so grob, das heißt, auch für das, auch für das Klattbar-Spiel, wenn wir nochmal versuchen, für Family irgendwie an Karten zu kommen, ähm, da schon mal merken, unter 14.000, 13.000, 14.000, unter dem Bereich zu kommen, wäre schon sehr wichtig, weil darüber hinaus wird es wahrscheinlich sehr unrealistisch, daran Karten zu kommen, ähm, mein klar auch in dem Bereich 13.000 oder 12.000, 14.000 sind es dann natürlich auch keine Unter-Türkheimer-Kurve-Karten oder sowas, und natürlich dann die sehr teuren Haupttribünen- oder Gegentribünen-Karten, aber sowas muss dann eben dann auch, äh, eingehen, wenn du da ins Stadion willst, zur aktuellen Zeit, und da sind wir eben auch beim Thema Tickets, weil dieses Bayern-Spiel, da gingen die Tickets bis zu 95 Euro, ne, in der höchsten Kategorie, so diese Haupttribünen-Dinger ganz oben, zentral und so, ich glaube auch, äh, Gegentribüne zentral, 95 Glocken, das ist schon ordentlich, ne, was du zum Beispiel gegen Hoffenheim 55 gezahlt hast, da zahlst du jetzt 75 in so Bereichen, das ist schon sehr, 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 sehr heftig, ähm, was sie auch gemacht haben tatsächlich, was ich auch ziemlich eklig finde, ähm, ähm, ist, dass, äh, ähm, ja, die Klasseneinteilung der Blöcke verändert haben, ne, also gegen Hoffenheim zum Beispiel hat man jetzt hier, ich weiß mal nachzielt, zum Beispiel auf der Gegentribüne, da hatten wir fünf Blöcke, die die teuerste Kategorie sind, aus diesen fünf Stück haben sie einfach noch, nochmal fünf drauf, sechs drauf, so zehn, elf Stück draus gemacht, äh, aus der teuersten Kategorie gegen die Bayern, eben auch dann an, an, äh, daran anknüpfend, links und rechts von den zentralen, teuren Blöcken natürlich auch die Kategorie, nochmal um ein, zwei, drei, vier Blöcke erweitert, also einfach generell das Spiel teurer gemacht, aufs Gesamte dann hochgerechnet, das ist schon hart, das ist schon hart, das ist schon irgendwie auch ein ekliger Move, auf so spielen, auf so einer Situation, auf so einem Hype, einfach nochmal mehr Umsatz rauszuziehen, das ist schon eklig, auch da nochmal vielleicht ein Tipp, was ich wahrscheinlich, ich, ich eh nicht mache, aber vielleicht manchen hilft, ähm, man kann ja natürlich auch die Tickets vor Ort holen, ne, hier wurde berichtet, lange Schlangen wegen Bayern-Tickets und glückliche Käufe vor Ort, also es waren wohl echt auch einige, sieht man hier die Schlange auf dem Bild, ähm, die sich angestellt haben beim VfB-Shop vor dem Stadion, kann sich natürlich auch da reingehen und darüber Karten besorgen als Mitglied, ähm, und eben nicht nur über die Online-Warteschlange, ähm, das ist noch so eine Möglichkeit und auch da, das ist auch so ein Thema, da ist wirklich null, null, ähm, ähm, ja, fällt mir das Wort nicht ein, null Toleranz, das ist eine richtige Null-Toleranz gegen sowas, direkt natürlich an dem Tag noch 10.53 Uhr, Alter, ich glaube ein paar Minuten davor ist das Ding offiziell ausverkauft gewesen, verkauft aber um 9 Uhr gestartet und schon da ging es los mit zwei Tickets VfB gegen Bayern für 450 Euro, ähm, Verhandlungsbasis, Ebay und sowas, zum Kotzen, zum Kotzen, wirklich, findet diese Leute und bannt deren Accounts. Ich habe es auch schon gesehen auf Twitter, äh, ein paar Mal, vielleicht lässt sich dadurch eben noch ein bisschen mehr rausfinden tatsächlich, äh, dass auch Leute auf, äh, auf Ebay tatsächlich dann Karten anbieten mit Screenshot davon, wo sie sitzen, also wirklich genau wo sie sitzen, Blog, also die meisten gehen halt an irgendwie, ich unter Türkei am Akurve sitze ich oder ich sitze hier irgendwo, Reihe 7, gehen halt nicht ganz genau an wo, gibt auch ein paar, die es tatsächlich genau angeben, mit dem Thema der Blog, die Reihe, der Platz, und darüber kannst du ja eigentlich rein vom Ding her, als VfB, ähm, ja, VfB-Typ im Service Center oder wie auch immer, hinter den Tickets, ähm, in dem Ticketsystem, ganz safe call gucken, wer da sitzt, ist ja klar, also sowas dann, keine Ahnung, gefühlt wirklich gerne weiterleiten an VfB, vielleicht können sie ja echt damit anstellen und gucken, okay, wir sitzen auf den Plätzen, okay, zack, der ist gebannt für irgendwas, weil das geht nicht, Junge, das geht nicht, du kannst dich Leuten ihre Karten, oder dich da reinsetzen, diese Warteschlangen Karten kaufen und sich dann freuen, wenn du sie Dinger für 400 Euro verkaufst auf Ebay, was wahrscheinlich auch noch teilweise gelingen wird, weil das Spiel so beliebt ist, das ist bodenlos, wirklich jeder strengst abgestraft werden für sowas, bitte, und zum Abschluss noch vom Thema Tickets, wo ich schon dabei war, mich über 95 Euro aufzuregen, bei so einem Top-Spiel, gehen wir mal, in die zweite Bundesliga, Hamburg-San Pauli, klar, brutal kranke Spiele, ist ja klar, und das beliebteste Spiel und so, und auch die haben es wohl so gesehen wie der VfB und sagen, ey, aus so einem Andrang, aus so einer Euphorie und so weiter, aus so einem Hype, da machen wir richtig Asche draus, was du da zahlst, Junge, Preiskategorie 1 ab 99 Euro, Preiskategorie 2 ab 87 Euro, Preiskategorie 3 ab 65 Euro, Preiskategorie 4, das ist Familienblock mäßig, ab 55 Euro, für Liga 2, ab 99 Euro, für ein Zweitligaspiel, das ist schon absolut gestört, machen wir weiter, mit Guirassi, natürlich eben auch wieder Gerüchte am Start, das ist ja auch ganz klar, das wird auch nie aufhören, da ist wieder Bayern Thema geworden, dass die, ja, die Verpflichtungen von ihm erwägen, aber es nicht sicher ist und so weiter, Thema Spielzeit, Mathis Tell und so weiter, da ist ein Kane vorne drin und so Geschichten und da sind die Bayern wohl aufgrund des teuren Pakets eher distanzieren sollen, das von Sky und da ist ja auch so, auch das war, soll jetzt keinen mehr wundern, aber so vom Ding her natürlich immer noch krass, sowas sich anzugucken oder sich sowas durchzurechnen, was da immer dran hängt, in solchen Transfers eines Tages, da wurde gesprochen von einem Paket von 70 bis 80 Millionen Euro und da kann man es ja ein bisschen vorrechnen, 20 Millionen Ablöse, ist ja die festgeschriebene wohl in dieser Ausstiegsklausel, dazu will er angeblich 10 Millionen Euro verdienen, das heißt, auf Vier-Jahres-Vertrag sind wir bei 40 Millionen, dann bist du schon bei 60, Signing-Bonus oder so, 10 Millionen, Provision, Berater, die Stars, nochmal was drauf, klatscht, dann bist du eben bei 70, 80 Millionen, also Pakete sind schon absolut crazy, was da mittlerweile passiert, auch da hat Gerasi immer wichtig und immer schön, dass er so sein Beispiel hat, haben immer wieder Leute gescreenshotted, bringen sie immer wieder bei solchen Berichten dann, das ist ja aus dem August 2023 von Gerasi, don't listen to everything on the Internet, ist auch ganz klar, hört nicht allem oder lest nicht alles, glaubt nicht alles, was im Internet steht und Gerasi ist ja selber auch voll beim Team gewesen jetzt noch, die Tage über der Länderspielpause, ist eben nicht mit zur Nationalmannschaft gegangen, ist geblieben, weil der sowieso schon beim Afgacup war und da jetzt nur so ein paar ganz wilde Testspiele gewesen wären, belanglose Testländerspiele gewesen wären in Saudi-Arabien gegen die Auswahlteams von Wanatou, einem Inselstaat im Südpazifik und Bermuda, also da war Gerasi nicht mit dabei, war so voll bei uns im Training mit dabei oder in der Länderspielpause mit dabei im Training, mal weiter zu Fati, auch der bleibt, wir hatten eine Erhöhungnisverlängerung bis 2027, Chris Siedlow bis 2027, auch Fati haben es jetzt kommuniziert, bleibt bis 2027, auch das wichtig und richtig und im selben Abenzug bleibt beim Trainerstab kein Höhnes zu den Bayern, auch das wurde quasi von Eberl so ein bisschen, ja quasi fix gemacht, Sebastian macht es schon gerade herausragend, mit der Auflängerung ist das Thema jetzt gestrichen, aber bitte, das heißt nicht, dass Sebastian unsere Top-Lösung war und wir eine Absage kassiert hätten, also das tatsächlich dann kein Thema bei den Bayern, auch sehr schön, Sportverstand ist das nächste Thema, wo wir dabei sind bei so großen Posten, Sky enthüllt den Sportdirektorenplan des VfB, wenn Wohlgemut befördert wird, ist Christian Gentner, Top-Kandidat auf die Nachfolge als Sportdirektor, auch Kim Falkenberg ist ein Kandidat, aktueller Kaderplaner bei Bayer Leverkusen und zusätzlich für den VfB dann noch einen technischen Direktor, interner Kandidat Thomas Henning, aktuell Kaderplaner, externer Kandidat Nils-Ole-Burg, Sportverstand von Elversberg, hat die SWE mit nur 10.000 Euro Ablöse von Liga 4 und Liga 2 geführt, auf jeden Fall stark, und da muss ich ganz ehrlich sagen, also ohne ihm jetzt nahetreten zu wollen, oder irgendwas in der Form, aber die Qualifikation hätte ich dann trotzdem gerne, dann auch von offiziellen Leuten erläutert, wenn ein Christian Gentner dann wirklich Sportdirektor wird und Wohlgemut befördert wird, die hätte ich gerne, die Qualifikation von Christian Gentner dafür, also da war ja auch schließlich dieser Witz in diesem Weihnachtsvideo drin vom VfB, der Running Gang ist so ein bisschen, dass keiner weiß, was Gentner genau macht, war ja auch in diesem Weihnachtsvideo drin vom VfB, mit dem Motto, klare Aufgaben, die klar definiert sind oder so, war wirklich geil und humorvoll genommen, aber hier nochmal, also Christian Gentner als Sportdirektor, das muss mir, von mir aus schließe es nicht komplett aus, von mir aus schließe es nicht komplett aus, aber irgendwer muss das mir wirklich logisch erklären, wo man damit hin will, so und woher das kommt, woher diese Lösung einmal kommt, deswegen mal abwarten, ich finde Wohlgemut dafür zu belohnen, ihn zu befördern, wäre auch erstmal fair, kann es nicht groß bewerten, ob du das überhaupt machen musst, oder ob du das ums Frecken brauchst, einen Sportverstand, weil ich meine gerade läuft es auch gut, weiß nicht inwiefern das so wichtig ist, aber ist natürlich ein großes Thema, auch für Aufsichtsrat und so weiter, wird auch weiter ein großes Thema bleiben, und ist wohl an der Lösung dran, deswegen wird sich schon wohl was tun, mal gucken, was es wird, und mal gucken, ob es wirklich dann Christian Gentner wird, als Sportdirektor. Alexander Nübel, machen wir weiter, ist ja so ein bisschen, wenn ich beim Thema Chronologie bin, und Ablauf bin und sowas, passt ja so ein bisschen in die Riege, Sportverstand, Sportdirektor, Transfers und sowas, gehen wir zu Nübel weiter, da heißt es dann auch ganz klar, du hieß es mal ganz klar, dass sie offen werden, in die Bayern den Vertrag zu verlängern, und damit eben die Möglichkeit drin wäre, für den VfB Nübel noch einmal zu leihen. Sporting ist wohl auch interessiert, das eben auch als Fixer-Transfer, was wir wohl absolut nicht anbieten können, beim Thema Paket, was wir auch vorhin mit Gerasi schon hatten, ist wohl alles zu teuer dann, auch AS Rom sei wohl interessiert, die haben wir wohl jetzt auch schon ein bisschen, ich sag mal, älter werdende Keeper, und da wäre wohl ein Platz frei, also es gibt auch andere Interessenten für Nübel, ist ja auch ganz klar, so wie der aktuell abliefert, aber mit die wichtigste Aussage, mit der interessanteste Aussage, ist glaube ich vom Torwarttrainer, auch von den Bayern, Michael Rechner, der sagt tatsächlich auch, Nübel ist ein sehr, sehr wichtiger Faktor beim VfB, und auch vom Erfolg vom VfB, macht es da extrem gut, man freut sich sehr über die Entwicklung von ihm beim VfB, es ist sicher, dass sich ja ein bisschen was ändern wird, nach der Europameisterschaft, und dass er vielleicht auch irgendwann mal eine Rolle spielt, in der Nationalmannschaft, aber vor allem eben auch, dass es absolut Sinn machen würde, für jeden, der involviert ist, wenn er nochmal beim VfB bleibt, wenn man nochmal, ja nochmal irgendwie eine Kooperation findet, also im Sinne von Laie zum Beispiel, und da gibt es dann eben, oder muss man eben, ja Gespräche für die nächsten Wochen in Ruhe führen, in den nächsten Wochen, auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Aussage vom Torwarttrainer dann für uns, sag ich mal, dass er sagt, ey, Nübel zum VfB, oder bleibt beim VfB, das macht erstmal Sinn, auch die Bild schreibt nochmal, dass es absolut Sinn macht, oder absolut sich gut, die Wahrscheinlichkeit gut ist, sehr hoch ist, so rum, dass er nächstes Jahr beim VfB spielt, Nübel, dass er Top-Favorit ist, bei Nübel der VfB, auch die Bayern sich das gut vorstellen können, wie gesagt, auch gerade schon gesagt, Wechsel zu Lissabon wird es nicht geben, auch Rom mit der Rest, sei wohl kalt, und auch bei Nübel muss man sagen, ey, warum würde ich als Nübel bitte weg wollen, so vom Ding her, so vom, vom, vom Ikonischen her, wie er hier abgefeiert wird, und die Nübel, Nübel, Nübel Sprechchöre, der könnte wirklich alles machen, der Mann, und kriegt sein Nübel, Nübel, hier ein geiles Bild von wegen, Alex Nübel steht morgens auf, niemand, Doppelpunkt, VfB, wenn es Doppelpunkt, Nübel, Nübel, absolut geil, noch da nochmal rausgekommen, fand ich ganz schön die Anekdote, weil, ich glaube, gefragt wurde, wann das, das erste Spiel im Pokal, habe ich auch wieder dann wieder, das war auch wieder dann eingefallen, das erste Spiel im Pokal dann, gegen Balingen, in Balingen, oder in Reutlingen war es ja, da kam die, nach dieser einen geilen Parade, wo er dann das zu Null auch gesaved hat, da wo ein Spielervereifelchen gelaufen ist, so mitten im, im Regen war es glaube ich, doch war auch komplette Eskalation, bei dem Pokalspiel war absolut feierbar, die Nummer, und da eben auch, das Ding gehalten, danach Nübel, Ruf, ich werde es auch nie vergessen, wenn der eine Typ mit Vollsprint, in diesem Stehbereich, mit Vollsprint nach vorne, aufs Gitter ist, und da erstmal richtig Gas gegeben hat, mit Nübel, Sprechgern, dass er das Ding gehalten hat, da so früh hat das Ganze schon angefangen, diese Verehrung, sage ich mal, wir bleiben bei Torhütern, Flachodimos und Ortega, zwei neue Kandidaten, eine Priorität, Priorität bleibt natürlich, ähm, Alexander Nübel, und zwei, ähm, ja, Optionen sind wohl Flachodimos und auch Ortega, beides tatsächlich, äh, Ersatzkeeper, da wo sie sind, Ortega bei Manchester City, äh, Vertrag bis 2025, also da wäre vielleicht auch ein bisschen was, zu drücken in Sachen Transfersumme, ähm, wenn es überhaupt zu weit kommt, ist natürlich, wie gesagt, Backupkeeper, so bei Ederson ist ja klar, aber da wo er gespielt hat, war er immer sehr, sehr stark, sehr, sehr beliebt auch, glaube ich, bei, bei, bei Ben City, bei den Spiel, bei den Fans, bei den Spielen und so weiter, liefert immer sehr, sehr gute Leistungen ab, ähm, Flachodimos, auch noch Vertrag bis 2027, noch ein bisschen länger, bei Nottingham Forest, auch erst vor der Saison gekommen, ähm, kennen wir ja noch, war ja beim VfB, danach zu Panathinaikos, danach bei Benfica, da teilweise auch sehr, sehr krass gewesen, äh, ich glaube, da auch teilweise gar irgendwelche Bayern-Gerüchte mal gehabt, so, so leise Bayern-Gerüchte, jetzt dann eben doch den, ja, verhältnismäßig kleineren Wechsel gemacht, eben zu Nottingham in die Premier League, und auch der ist mittlerweile sogar Backupkeeper, da haben sie, glaube ich, sogar einen Winter geholt, der jetzt, äh, weiß nicht, ob der jetzt Nummer 1-Keeper ist, ne, aber die haben jetzt quasi wirklich zwei, drei Keeper, die da spielen können, das ist Nummer 1, und Flachodimos eben auch da absolut kein Stammkeeper mehr, das heißt, vielleicht auch ihnen nochmal eine neue Orientierung, interessant für ihn, ähm, und da muss ich auch sagen, die Nummer 1-Option bleibt ganz klar nübel, den würde ich auch am liebsten haben von den ganzen Leuten, danach wahrscheinlich Ortega, wie soll er ohne da jetzt irgendwie näher was bewerten zu können, irgendwie volle Spiele gesehen zu haben oder so, was man eben so liest, was man so sieht, auch vom Gefühl her, so Bauchgefühl her, lieber Ortega, spielt Bock, hat Bockstark bei Bielefeld gespielt, jedes Mal Bockstark, wenn du bei City spielt, Flachodimos, keine Ahnung, kann ich nicht großartig bewerten, ähm, Ortega hat sogar die Saison mehr Spiele gemacht in England als in Flachodimos in Summe, auch das sehr, sehr wild, ähm, deswegen mal abwarten, auf jeden Fall, sage ich mal, zwei, zwei, keine, keine schlechten, äh, ja, Varianten, keine schlechten Ideen, falls es nicht klappt mit Nübel, aber ich hoffe sehr inständig, dass es klappt mit Nübel, so, kommen wir noch zu der nächsten Option, die dann doch ein bisschen arg quatschig klingt, ähm, Moritz Nikolas von Gladbach hat der VfB wohl im Auge, ähm, Nübel wirkt auch hier nochmal von Sky, bleibt Plan Nummer 1, Plan A, falls das nicht klappt und eben Omlin auch wieder Nummer 1 wird in Gladbach, was er ja eigentlich ist, wäre Nikolas offen, äh, für den Wechsel, ähm, der jetzt ja wie gesagt bei Gladbach 26 Jahre alt, 2 Millionen Mark wert, ja, keine Ahnung, hat es 24 Spiele gemacht sogar, also spielt sehr, sehr regelmäßig, ich glaube, kommt auch gar nicht so schlecht an da in Gladbach, ist glaube ich gar nicht so unbeliebt in Gladbach, ähm, wohl auch unser Torwarttrainer Krebs kennt ihn wohl noch aus Gladbach, deswegen auch da vielleicht eine Verbindung hin, aber wie gesagt, auch da ganz simpel gesagt, wirklich sehr naiv, ganz simpel vielleicht gesagt, außer über 2 Millionen Mark wert, das gibt mir schon so ein bisschen Backup-Keeper, so Bredlo-mäßig Vibes, keine Ahnung, das ist, das ist keiner, den ich gerade so rein auf dem Papier sehe, dass der eine Nübel ersetzt, gerade das Thema auch Stammkeeper, dann für eine Champions-League-Saison und sowas angeht, oder mögliche Champions-League-Saison, wenn man noch dazusagen, wenn Zusatz, ähm, angeht, da sehe ich keinen, keinen Moritz-Nikolas, also, ich denke mal, das ist eher noch ein bisschen weiter hergeholt, das Thema, ähm, Eric Smith, das ist noch ein weiteres Thema von St. Pauli, da waren wir, glaube ich, schon mal interessiert, glaube im Winter oder im letzten Sommer, auf jeden Fall schon mal interessiert, der Name ist schon mal gefallen, Innenverteidiger, Konstante bei denen, ähm, 27 Jahre alt, äh, der Mann, äh, bei St. Pauli, 3,5 Millionen Mark wert, ähm, ein Schwede, Innenverteidiger, 1,92 groß und, ähm, ja, hat Vertrag bis zu 25, ähm, bei einem Team, bei dem es ja brutal läuft, ne, Pauli läuft ja wirklich sehr, sehr entspannt, oder was heißt entspannt, sehr, sehr flüssig, sehr, äh, dominant, so wollte ich das meinen, mit entspannt, durch die zweite Liga, werden sehr, sehr wahrscheinlich aufsteigen in die erste Liga, deswegen wäre auch da natürlich sehr viel Argument für ihn da, auch bei Pauli zu bleiben, aber das Gericht hat man schon mal jetzt eben auch nochmal neu mit drin und auch nochmal ein Gericht, was ich auch wieder nicht groß, viel mehr einordnen kann, als jetzt hier bei einem Alex Smith zum Beispiel, aber, ähm, wir haben jetzt hier noch einen, wir kennen es vielleicht auch von, von, von einem auf Twitter, Inside Eintracht, FFM, äh, gibt es einen, der immer wieder News raushaut, nicht nur zu Eintracht, sondern eben auch zu anderen Vereinen, der hat so ein bisschen anklingen lassen, dass vielleicht was in Richtung VfB und St. Pauli passieren könnte, ein Nach-Oster-Geschenk, macht sich der VfB wohl, also vielleicht auch was, was schon zeitnah, ich glaube, verkündigt wird, oder irgendwie näher, näher werden könnte, dann wurde von einem draufgesetzt, dass es da wohl um Philipp Treu gehen soll, auch, wie gesagt, Pauli, zwei Millionen Marktwert, 23 Jahre alt, ähm, Linksverteidiger, kommt aus Heidelberg, ne, also hier aus der Region tatsächlich, 25 Spiele gemacht, ähm, stellt sich hier bei Transfermarkt.de dran, dass er im Team ist seit Sommer, ähm, aber eben, kam er da von Freiburg 2, ist, äh, seit Sommer da, aber, dass er tatsächlich hier nicht dran steht, wie lange Vertrag hat, also Vertrag bis, einfach nur ein Strich da, keine Ahnung, ob der jetzt, wie lange Vertrag hat, ich denke mal nicht, dass er jetzt im Sommer schon ablösefrei zu holen wäre, keine Ahnung, aber der scheinbar vielleicht auch ein Thema, wie gesagt, Linksverteidiger, kann auch Rechtsverteidiger spielen, wäre vielleicht, keine Ahnung, perspektivisches Backup für einen Stenzel oder sowas irgendwann, ähm, wir brauchen ja generell vielleicht nochmal einen für die Außenbahnen, ähm, perspektivisch gesehen, zukunftsmäßig gesehen, für Dreifachbelastung und so weiter, deswegen wird es vielleicht schon irgendwo Sinn machen, ähm, aber auf jeden Fall, das ist das erste Mal, als dieser Name irgendwo fällt, deswegen da vielleicht immer mal weiter beobachten kann, ob da an dem Name, ähm, erst auf was dranbleiben wird, aber das ist ein bisschen Insider-Geschichten von Twitter, die auch noch recht aktuell sind, hier sind natürlich ein paar Themen, die ein bisschen länger her sind, aber, ähm, das kann man, glaube ich, ist, glaube ich, in Ordnung für die VfB-News-Folge hier. Der nächste Außertransferküche ist, äh, Eckloff tatsächlich, Leland Eckloff, da gab es Gerüchte um Hannover 96, dass sie interessiert sein sollen an ihm, dazu auch, ähm, Zweitligisten aus der Schweiz, ähm, interessiert, äh, auch der FC Zürich so Interesse bekundet haben, auch da interessant, Eckloff hat, äh, den Schweizer Pass, ich glaube, da gibt es wahrscheinlich irgendwie eine Regel, ähm, von Spielern mit Schweizer Pass oder eben Spieler, die keinen Schweizer Pass haben in der Liga, gibt es, glaube ich, habe ich irgendwann mal Rand gelesen, wir haben ihn nicht ganz sicher, also nagelt mich nicht drauf fest, ähm, und Eckloff bei uns, ne, fünf Spiele gemacht bisher aus den 26, 1,2 Millionen Marktwert, immer noch nur 21, ne, den, den Riesensprung gemacht damals, ne, Riesentalent gewesen und dann eben bei ihm vor allem auch immer wieder Verletzung, ne, das nochmal aufgeruft hier bei, äh, aufgeruft, aufgerufen bei Transfermarkt.de, meine verpassten Spielen, haben wir 20, 21, haben wir 49 Tage, 20, 21, haben wir dann nochmal 289 Tage, 32 Spiele verpasst, dann nochmal 30 Tage, 28 Tage, 64 Tage, 10 Tage, ähm, da ist schon viel, viel passiert, ähm, konnte sich nie 100% großartig durchsetzen, jetzt gerade wirkt es auch sehr, sehr schwierig, ne, weil es ist ja Positionen, Milliot, Positionen, Führig, Positionen, ja, und da vorne ist ein bisschen schwer, sich da durchzusetzen, ähm, hat nur Vertrag bis Sommer, ne, wurde auch nicht verlängert, ähm, bisher, ähm, deswegen könnte er im Sommer uns auch ablösefrei verlassen, tatsächlich, das offensive Mittelfeldtalent, ähm, wie gesagt, wäre schade um ihn, da hat man sich echt sehr, sehr viel erhofft, aber, ja, es hat irgendwie nicht sein sollen bisher, ich sehe es auch perspektivisch nicht großartig, also, es würde mich nicht wundern, wenn sich da die Wege trennen im Sommer, mal, mal abwarten, was da passiert, VfB 2 ist das nächste, Thema Talente und sowas sind, äh, so ein bisschen als Übergang, ähm, weil, ey, da könnte vielleicht echt noch ein bisschen was gehen, bei denen in der Regionalliga Südwest, ähm, gerade auf Platz 3, 25 Spiele gemacht, 45 Punkte, Hoffenheim 2 ist davor, auch 45 Punkte, aber bei einem Spiel weniger, und auf Nummer 1 gerade, das ist ja der Platz, der aufsteigt, ähm, ist, äh, Stuttgart Kickers, Stuttgart Kickers auf der 1, gerade auf Aufstiegsplatz in Richtung Dritte Liga dann eben auch, 50 Punkte, direkt das Duell haben sie auch immer noch, ähm, irgendwann vor sich, VfB 2 gegen Stuttgart Kickers, also da ist auch sehr viel Brisanz drin, mal sehen, vielleicht kann der VfB sogar echt noch ein Wörtchen mitreden, um das Thema Aufstieg, und ey, VfB 3 Liga, wäre schon krass, da waren wir ja eigentlich letzt, oder früher noch, äh, Bauergäste, dann irgendwann die dicken Abschiege hinter uns gehabt, aber jetzt mittlerweile, Regionallergäste Südwest, läuft wohl auch wieder sehr, sehr gut, mal gucken, wie, wie viel man da noch gehen kann, wie viel Meter man noch machen kann in der Liga, bleibt sehr, sehr spannend, ähm, Raúl Paula, auch einer von den Top-Talenten natürlich von der Trend, hat auch sehr geil zwei Hütten gemacht, bei der U20, ähm, bei einem 4 zu 4 gegen Frankreich, auch das mal hier jetzt noch, äh, erwähnt, ähm, VfB-Frauen ist auch ein Thema, auch die natürlich kämpfen, aktiv um den Aufstieg, ähm, raus, äh, aus der, ähm, Oberliga, genau, Oberliga Baden-Württemberg, auf Platz 1, gerade zwei Punkte vom FC Sand 2, auch da, Platz 1 steigt eben auf, wäre auch sehr wichtig, ne, dass immer weitere Wege nach oben gehen, da läuft es auch sehr, sehr gut, letzte Spiele gewonnen, ähm, deswegen auch da, hoffentlich bleibt das so, und die Frauen steigen auf, aber was hier eben auch interessant ist, die Frauen und Mädchen in Obertürkheim, ähm, sollen auch endlich gescheite Trainings- und Spielbedingungen bekommen, ähm, und dafür wurden, wurde eine Viertelmillion Euro Planungsmittel für die Weiterentwicklung des Sportgeländes an der Hafenbahnstraße beantragt und mit Mehrheit beschlossen, hat einer geschrieben, äh, einer von den Grünen Stuttgart, wenn ich es richtig sehe, auf Twitter, Stadtrat für Stuttgart, auch das, schöne Bewegung auf jeden Fall für die VfB-Frauen und eben auch da, für weitere Professionalisierung und einen weiteren Weg von dem VfB im Frauenfußball, Christian Streich, wie gesagt, ich habe gesagt, hier wird es ein bisschen durcheinander noch gegen Ende jetzt hier von dem VfB-News und von diesem Video, Christian Streich auch kurz anzusprechen, ähm, hat der VfB ihn auch nochmal gewürdigt, weil der Mann wird am Ende der Saison tatsächlich seine Tätigkeit beim FC, äh, FC, beim SC Freiburg hinlegen, großer Trainer, großer Respekt vor, vor dem Mann, immer wieder auch mit sehr, sehr guten Aussagen dabei, natürlich auch immer wieder, ja, ein bisschen, ja mal giftig der Mann, streitbarer Charakter, wie auch immer, aber immer, 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 immer frei raus, Jahre, Jahrzehnte bei Freiburg, wirklich ein unfassbares Beispiel für Kontinuität im Verein, nach dem Abstieg geblieben, in die Europa League, äh, gegangen mit Freiburg, Weltklasse Arbeit der Mann gemacht, ähm, und jetzt eben vorbei im Sommer, deswegen auch das Beste für Christian Streich und auch interessant, weil auch der hat auch ein bisschen VfB, äh, Vergangenheit, ähm, Julian Schuster, der übernimmt den, äh, das Traineramt, ähm, der war jetzt ja, glaube ich, so quasi so ein Mittelding, äh, so ein bisschen Jugend, äh, 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 zwischen Jugendbereich und Profis mit am Start, wenn ich es richtig verstanden habe, und jetzt macht er das Ding einfach ab Sommer und übernimmt für Christian Streich, das ist schon ordentlich, das ist ein riesengroßer, äh, Schritt, das ist wie so, so gefühlt wie, keine Ahnung, wahrscheinlich vielleicht sogar noch größer, so von, von der Länge natürlich, aber vom Prestige her und so, oder von der Schwierigkeit her, so ein bisschen um den Vergleich so ein bisschen zu machen, so wie, wie Klopp-Nachfolger oder sowas bei Liverpool, ne, da kannst du gefühlt nur scheitern, oder, oder Wenger-Nachfolger, da ist es bei Arsenal, oder, äh, Alex Ferguson-Nachfolger bei Manu und so Geschichten, so, ähm, das wird sehr, sehr schwierig, so, so jemanden quasi, äh, zu folgen, äh, Schuster war Verbindungstrainer beim Sportklub, das ist die richtige Betitelung von dem Ding, ähm, ähm, zwischen Freiburger Fußballschule U23 und dem Profibereich, ähm, deswegen sehr, sehr stark, auch sehr, 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 sehr wilder Schritt, ähm, typischer Freiburg-Schritt, auch wieder das Thema, auch wie bei einem, äh, Artubolo da, der U21-Keeper, den sie einfach mal zum Stammkeeper machen, und einfach in die Rolle, äh, ja, die Rolle geben, ihm da Vertrauen schenken, und deswegen mal gucken, was Schuster leisten kann, ich glaube, die Freiburg-Fans werden ja sowieso sehr fair sein, generell, ähm, einen Streich zu ersetzen, wird brutal schwer, mal gucken, wie sich Schuster da schlagen wird, auf jeden Fall typischer Freiburger Weg, da jetzt einen Schuster rein zu hieven, und keinen irgendwie externen oder sowas zu holen, wir sind ja auch bei VfB-Evos, noch ganz, ganz kurz, ähm, weil, wie immer das Update hier kurz, ich zocke echt brutal selten, aktuell auch selber, ähm, aber die, die es, die es machen, äh, man, die wissen wahrscheinlich eh schon, aber es gibt wieder ein paar Evos für einen VfB zu machen, oder gab, ich weiß gar nicht, ob die noch aktuell sind, aber hier, Foot-Birthday-mäßig kann man einige Spieler dick nach oben pushen, Stillers, und darf Skirasis, aber sehr, sehr geil, ähm, das ist auf jeden Fall auch sehr, sehr interessant, ähm, auch interessant, habe ich hier hingeschrieben, sich bilden, ist nämlich Kaltche Berlin, sowieso generell, machen geile Videos, geiler Kanal auf jeden Fall, die Jungs, die drei Jungs, und da hat sich ja Christoph Kröger, ähm, ein Video gemacht, vom Abschiedskampf für den Champions League, so hat Hönes den VfB-Skert wiederbelebt, geiles Video, taktische Analyse, so ein bisschen, ähm, sehr, sehr, sehr empfehlenswert, auch sehr, sehr empfehlenswert beim Thema Video gucken, oder hier eigentlich noch mehr hören eigentlich, gibt auch als Video-Podcast, aber ist ja eigentlich an sich ein Podcast, Hitzesberger, Thomas Hitzesberger war bei Tim Gabel im Podcast, wie bei Alborg, sein Outing und Funktionen beim VfB-Skert ist der Titel, gehen wirklich drei Stunden sieben, habe ich mal einmal durchgehört, das Ding, ähm, sehr, sehr stark, sehr, sehr cool, sehr sympathisch, Hitzesberger, top Podcast, wenn ich das anhören will, sehr, sehr gerne tun, ein bisschen Service-Hinweis hier, und auch interessant, wir bleiben mit dem Thema Video, ähm, das kam auch vor kurzem auch Twitter so durch, und durch Instagram-Stories und sowas, das, äh, KSI und so weiter, und die Sidemen, wir das da so ein bisschen kennen, diese große Gruppe da aus England, ähm, äh, waren in Stuttgart, die waren in Stuttgart, natürlich da direkt so ein paar leichte, leise Gerüchte, vorwiegend, boah, haben wir jetzt vielleicht Prime als Sponsor, ne, das Getränk da von KSI und Logan Paul, wo ja auch Bayern jetzt Sponsor ist, äh, Dortmund glaube ich auch, ne, Haaland als Spieler und so Geschichten, sehr, sehr viele große Namen, waren riesen, riesen Welle mit dem Getränk, dem Hydration-Drink, ähm, aber da war auch schon klar, das war ja Sidemen und nicht, nicht, nicht die Prime-Ecke und da mittlerweile auch das Video draußen, worum es ging, ähm, äh, um die, ja, komischsten Airbnbs gegen das Video, die sie besucht haben, ähm, und da war tatsächlich ein Airbnb, glaube ich, so Baumhaus-mäßig, äh, in Stuttgart und deswegen waren die Sidemen oder KSI und so weiter in der Gruppe dann eben in Stuttgart, falls da irgendwer an Aufklärung interessiert war. EM-224 ist auch das Nächste, weil da ist ja was rumgeflogen, da ist der EM-Pokal rumgeflogen, äh, durch die, durch die Lüfte von Stuttgart und um Kreis und da hat die VfB irgendwann auch öffentlich gemacht quasi, das Rätselraten war vorbei, ähm, weil das wirklich eine Aktion war, äh, dass hier Hashtag Trophy Tour, dass die so ein bisschen rumfliegt und dann hat die VfB ein Bild gemacht mit der Trophäe und im Hintergrund des, äh, Neckarstadien oder die MAP Arena, wie man uns haben will, ähm, weil ja eben jetzt auch schon in dann, ja, rund um die 80 Tage oder sowas dann ja die EM stattfindet und dann mal wieder ein bisschen Übergang Stuttgart, wir bleiben in Stuttgart, ähm, es gibt schon eine richtige Panorama-Tour, kann man einen Link klicken, maparena-stuttgart.de slash Panorama-Tour, kann man sich durchklicken, durch, äh, die Arena, durch den Tunnelclub und so weiter, wer das machen will, ist sehr, sehr witzig auf jeden Fall, bin gespannt, wie es dann aussieht, die ersten richtigen Videos von Leuten im Tunnelclub und sowas und zum Abschluss noch zwei Geschichten aus dem VfB-Shop, das erste ist 1893, hey, hey, um den Ferngesang mit reinzunehmen, weil, gut, das ist nicht VfB-Shop direkt, aber es gibt von Recaro, da sehe ich ein Stadion-Star VfB Stuttgart, einen Stuhl, so ganz normalen Bürostuhl, Laptopstuhl, wie auch immer, Tisch, also Stuhl für, für, für einen Laptop, für, für Büroarbeit oder wie auch immer, ähm, ja, für am PC arbeiten, von Recaro, für 1893 Euro. Vogelwildes Ding, da gibt es Throwbacks zu, sehr, sehr, sehr besonders tollen und künstlerisch wertvollen Sondertrikots zu irgendwelchen Wucherpreisen, ne, und zum Abschluss noch, äh, das ist vielleicht ein bisschen netter für manche, die es, die sowas cool finden, es gibt tatsächlich auch VfB Stuttgart Schals, die spezifisch sind, die auf Personen sind, gibt es ja sonst Auswärtsschal, VfB-Stahl drauf oder irgendwas steht drauf, es gibt jetzt den VfB-Schal Undaff, mit ein paar Grafiken von Dennis Undaff drauf, und den VfB-Schal Gerasi, beides für 17,99 Euro regulär, VfB-Mitglieder sparen ganze 90 Cent, zahlen 17,09 Euro, ein Gerasi-Schal und ein Undaffschal, mal gucken, ob da noch mehr kommt, oder ob sie jetzt mal so als, als Fanlieblinge rausgehoben haben, ob da irgendwann noch noch, keine Ahnung, ein Nübelschal kommt oder so, oder, keine Ahnung, ein Mittelstädtschal oder so noch kommt, mal gucken, ob sie damit auch noch ein bisschen Kohle rausziehen wollen, jetzt mal, das soll ja gar nicht so böse klingen, aber wenn ich sage, jetzt ist es das Jahr, aber ja, ganz nette Schals, ganz witzig, auch so lang nicht mehr gesehen, oder selten gesehen, auf jeden Fall lang nicht mehr gesehen, beim VfB, so personenbezogene Schals, deswegen, wer da Bock drauf hat, wer da vielleicht Lieblingsspüler hat, gibt es tatsächlich jetzt, ja, spezielle Schals für Gerasi und Undaff, und da bin ich durch von der Folge, auch die hier wieder fast eine Stunde geworden, wie auch schon das Thema Vereinspolitik, lange Geschichten, aber eben auch lange was zu besprechen, letzten zwei Wochen quasi, jetzt hier in ein paar Videos zusammengefasst, und damit auch hier wieder, gerne alles gucken, im Summling ist alles drin, ist ganz klar, wem auch zu jedem Thema, falls ihr es nicht eh schon getan habt, in die Kommentare gehen, und was dazu schreiben, nächstes Video wird dann gehen, über Nationalspieler, natürlich auch so ein bisschen VfB-News-Faktor, aber eben ausgekoppelt, Nationalspieler und eben auch News, zu den einzelnen Nationalspielern, auch entfernt von der Nationalmannschaft weg, eine Transfergerüchte und so Geschichten, fand das lohnt sich für ein Einzelvideo, es kommt danach in dieser Reihe hier, das Video 3 von 4 dann, bedanke mich auch hier, wie immer fürs Zuhören vor allem, das ist ja ein Standbild, aber für die auf YouTube gucken, auch fürs Zuschauen logischerweise, auch hier wie immer gerne für die Arbeit, für uns hier, Push, Wachstum, unsere VfB-Grundi, ganz wichtig und richtig, gerne kostenlos ein Like und ein Abo da lassen, und dann, wie gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen, und bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020